Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall ja wir sind jetzt hier beim Ork hier hieß er noch mal in der Orkfestung in Osinium und ich habe jetzt doch mal vor hier ein bisschen mal mich umzusehen weil ich schon sehr neugierig bin wie es hier aussieht und wir hier auch vielleicht ein bisschen Loot mitnehmen können abschlauen können ist ja einiges was wir hier mitnehmen okay aber hier in dem Bereich gibt es wahrscheinlich nicht viel und war ja aber noch eine zweite Tür dann gehen wir da auch noch mal durch äh genau so hier bitte ja und so dann können wir einmal alles Removen hier noch hauptsächlich mitgenommen ich gehe aber schnell drauf wie sieht es jetzt mit dem Level aus immer noch 13% ein bisschen Geld können wir trotzdem hier abstauben die attackieren ja auch so oder so hier ein adamantium Ding Tanto warum beherbergen die Orks wieso beherbergen die Orks der drauf und ein riesen hier aber hier gibt es schon die ersten Abzweigungen hat ihr das gehört ganz leise die Binnen haben die hier auch oh äh riesen Skorpion ok ok einmal nochmal zurück hier gehen wir gleich nochmal hin was durch die Wand so wir müssen einmal trotzdem leer machen die bekämpfen sich da dann bin ich jetzt gespannt was da passiert das ist wahrscheinlich dessen eigene Arena hier so dann den Loot einmal hier wieder raus so das Ding weg Gold 1 2 1 2 und wieder hoch vielleicht auch nochmal wieder ein Safe Game machen ja ich will immer nach rechts warum auch immer dann gehen wir erst einmal hier entlang gucken was es hier gibt noch so ein Deadrof warum sind es hier so Clip Deadrocks bei denen unten ein sehr wilder Tiger ok ok hier bringt es mir gar nichts zu sein ja gut dann halt den Weg wieder hier runter diese Abzweigung die hat am meisten was gebraucht äh noch ein Deadrof wen haben die hier gekillt ein Ork so was haben wir hier ich glaube hier müssen wir so oder so nochmal irgendwann hin und da kamen wir dann gehen wir mal hier lang schauen uns an was es hier gibt hier glaube ich erst mal nichts dann unten so so auf weg ah ok gegen den Zauber konnte ich nicht gegenlaufen vielleicht einmal den hier machen und nochmal ein Safe Game vielleicht müssen wir wirklich gleich noch einmal kurz mit Dora besuchen weil ansonsten weiß ich nicht was ich jetzt weitermachen muss und hier kamen wir also ist das hier der Weg den ich noch gehen muss da ist nix Tiger hat nichts da ist mir raten hinter mir ist noch einer jo alles klar noch einmal den kompletten Weg zurück wenn ich jetzt wüsste wohin ah ich habe ja auch noch viel übersehen ganz unten so was habe ich denn übersehen den Abschnitt hier ist wahrscheinlich noch irgendwo eine Tür und ansonsten nur da hinten ok ansonsten gab es hier unten doch nichts mehr so dann den Weg wieder zurück suchen nee hier war das und hier nee die Richtung die Richtung war das dann haben wir die erste Tür dort in der großen Halle nochmal erledigt dann wieder einmal alles raus hier haben wir auch noch ein bisschen was hier haben wir nichts hier haben wir sehr viel wirklich sehr sehr viel wir sind schon wieder bei 300 Kilo und 3084 3084 und dann suchen wir mal was wir finden müssen falls wir hier irgendwas finden müssen eigentlich haben wir keine offizielle Quest jetzt gerade hier aber ich gehe mal davon aus dass wir hier vielleicht wirklich nochmal hin müssen durch müssen so dann sind wir hier da fahren wir durch nächste Tür wäre das hier oh und das war's okay dann sind wir wahrscheinlich oben jo wir bleiben erstmal in dem Bereich alter wie tief und verzweigt ist denn dessen Festung hier ja yo noch mehr derische Sachen geil oh moi dann haben wir hier alles ich glaube hier müssen wir so oder so irgendwann mal so dann fehlt der bereiten der den bereich hatten wir vor so dann wird fehlten noch gucken wir uns mal hier um aber etwas machen die orks hier mit den riesen haben die miteinander zu schaffen aber wir werden diesmal wieder ordentlich geld verdienen definitiv hier ist nichts rein gar nichts okay dann wieder runter und dann die nächsten gänge da hinten alter die mich jetzt erschrocken von wo kommt die denn plötzlich her hier geht es auch noch weiter oh hier geht es auch noch hoch nein kann ich auch nichts mitnehmen das heißt wieder zurück den kompletten weg wieso habe ich keinen keine möglichkeit hier meinen ganzen blut hier mit zum in direkten wagen zu packen man muss immer wieder bis zum ausgang latschen die richtung schon richtig so und hier so und hier auch noch mal alles weg hier haben wieder so viel stuff und 1 8 4 8 also erstmal das hier machen wo ist jemand wo ist denn der gegner wo ist denn der da du bist so jetzt haben wir voll also dann hier wieder runter genau links so welchen weg waren wir gegangen hier gerade hier hier sind wir gegangen ist aber auch noch eine tür hier war das auch schon das zeit brauchen wir nicht alles klar schon wieder voll warum sind wir immer so schnell voll da haben die auf mich geschlossen okay die haben sie gegenseitig geschossen ich bin gespannt ob wir hier irgendwas finden damit wir weiter kommen ich hoffe es zumindest ich will jetzt auch mal wirklich mit der story fordern ich weiß jetzt nicht wie lange wir hier warten müssen wenn wir warten müssen ob wir einen brief bekommen irgendwie eine nachricht oder sonst was so fünf sieben sechs ist ein ständiges hin und her hier sind wir in der großen halle ich höre das schon wieder ein dead drop so da müssen wir noch hin hier waren da ist nur noch das hier und hier nach oben genau da haben wir die chain boots vergessen hier ist nichts hier haben wir was so die tür wird aber wieder ordentlich geld geben da war eine geheime tür da war eine geheime tür aber diese riesen skorpione auch erledigt das ist nur noch der hier und voll wieso kann ich nicht von hier aus einfach alles in den Wagen packen egal wir durchsuchen so einfach mal jetzt oh warte wir könnten das, das und das hier lassen und nehmen das mit und das erstmal das nehmen wir mit das nehmen wir mit die nehmen wir mit dann lassen wir die hier die sind ja eh am wenigsten was wert ach so ich dachte das wäre eine Tür ah ok wieder eine Höhle der hat nichts die Erfahrungspunkte nehmen wir aber immerhin mit hier unten ist schon ein ordentliches Höhlensystem auf ah das hat jetzt im Kreis gepürt okay und da hinten haben wir einen Bereich vergessen genau der hier oh hi und was gibt es hier unten alles klar alles klar sonst gibt es hier nichts äh den nehmen wir mit den nehmen wir mit so das 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 und das lassen wir hier also gegen vier Orks hat man gleichzeitig kämpfen müssen hier also hier müssen wir definitiv demnächst mal irgendwann hin nur es ist noch keine Quest hierfür aber wir haben gefunden wo wir hin da hinten ist noch eine Tür da hinten ist irgendwo noch eine Tür versteckt ne doch nicht nicht versteckt sondern einfach da und guten Tag werter Mann yo liegt hier sehr viel Stuff wieder rum so was kann ich removen was brauchen wir nicht lever 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 was das kann ich nicht ändern so was haben wir hier sonst ich glaube hier in dem Bereich sonst doch hier guten Tag so das nehmen wir mit ok hier ist ein Tor dort nach oben also schon oben ist was denn das water briefing nehmen wir mal mit hier 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 haben wir wieder ein bisschen was was denn das ich glaube hier ist einer auf dem Weg zu uns irgendwie versucht einen Weg zu uns ich schaue mal was das jetzt gemacht hat ich schaue mal was das jetzt gemacht hat ok damit hat es nichts zu tun gehabt ok 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 schmeißen wir jetzt weg lever buckler alter was dann nehmen wir den hier raus das sieht hier sehr krass aus wir nehmen aber nur das gold raus jetzt so hier oben ah wir können wieder nicht so viel lever da können wir jetzt nur 420 12 gold reicht das nicht lever weg wir haben doch zu viel leder hier noch so was können wir noch wegschmeißen chain elven sonst gibt es hier glaube ich nichts mehr und da kamen wir wo muss ich jetzt nochmal hin bzw wir haben den hebel umgelegt ich will jetzt einmal sehen ob da sich was getan hat da hat sich nichts getan aber ok wenn da noch nichts ist wenn wir da durchgehen hingehen dann gehe ich mal von aus dass es uns auch noch nichts bringt hier zu sein dann können wir auch gehen dann müssen wir irgendwie eine quest freistalten hierfür oder so da wir haben ich bin da ich bin hier vollkommen falsch So, ab hier, wo muss ich lang? Durch den Garten. Und da ist es von. Ne, falsche Richtung, da muss ich lang, dann gehen wir einfach, wenn dort unten es noch nicht, also noch nicht da ist, weswegen wir vielleicht mit der Story vorankommen, dann bringt es uns wirklich nichts hier zu sein. Oder hat er schon eine Quest für uns? Wir können mit dem noch nicht quatschen. Irgendwie muss ich hier noch weitermachen können, oder nicht? Ja, dann gehen wir zurück nach Daggerfall an sich, in die Hauptstadt. So, wie sieht es eigentlich mit unseren anderen Skills aus? Primary. Axt 48, Long Blade 100, Blunt Weapon 30, Major Hand to Hand 66, Archery 21, Short Blade 26, Hand Damage 7 bis 14. Okay, und Miner, Climbing 81, Jumping 71, Dodging 58, ja, okay, komm. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! 거기 가! Ich bin's, euer Max! Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018